Ja, ein recht herzliches Hallo, danke fürs Anschauen, danke für den Daumen hoch und noch größeren Dank für Abonnieren, kostenlos unten rechts klicken, die Glocke daneben und dann sei da immer informiert, wenn wir ein neues Video bringen. Ja, wir haben Samstag, den 4. Dezember, 10 Uhr, das Wetter in Ronstop ist naja ganz bescheiden, in Wuppertal sowieso oder in Gebung auch. Und wir haben uns gerade überlegt, was kann man an so einem Tag machen und dann sind wir im Internet auf eine Seite gestoßen, Wunderland Kalkar, Winterwunderland Kalkar. Hier kann man mit seinem Fahrzeug durch eine schöne Landschaft fahren, Adventszeit, Weihnachtszeit, da haben die alles aufgebaut, wunderschön gemacht und da fahren wir jetzt mit euch hin und das schaut euch gemeinsam mit uns an. Danke. Wir sind jetzt hier im Winter auf Wunderland angekommen, mit dem Bubba-Fan und eigentlich hatten wir einen Termin um 18 Uhr, Gott sei Dank waren wir schon um 17 Uhr hier und haben wir gerade mal geschafft bis zum Eingang zu kommen. Das heißt also, je nachdem welche Tickets ihr kauft, wartet da ruhig mal ein bisschen früher an. Die Warteschlange vor der Türe, die ist unendlich lang und das kann schon mal eine Stunde dauern und bis dass wir da hinten sind, aber bestimmt noch eine halbe Stunde später. Ich bin aufgeregt. Ja, ja, ja. Das ist super schnell. Was ist das? Da war Amy schon mal bei meiner Türe. Da fahren wir durch den Tunnel. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020